Beim Pfannkuchen auf den Knie lege ich mich einmal auf Lisas Bauch und bleibe auf den Knien. Beim normalen Pfannkuchen habe ich die Beine gestreckt, aber beim Pfannkuchen auf den Knie ziehe ich die Knie ran. Nun versucht Lisa sich zu befreien und ich halte mit meinem Ellenbogen und meinen Knien sie dazwischen eingeklemmt.